Hallo, wir sind heute hier, weil der Verfassungsausschuss des Nationalrats heute etwas Historisches auf der Tagesordnung hat, nämlich das Informationsfreiheitsgesetz. Österreich ist das einzige Land in Europa neben Belarus, was noch kein Grundrecht auf Informationsfreiheit hat. Das soll sich jetzt ändern. Und heute ist das Hearing mit sieben Expertinnen, ich bin einer davon, die dieses Gesetz, was Ende Jänner beschlossen werden soll, auseinanderpflücken, diskutieren mit den Abgeordneten und hoffentlich können wir noch die zwei Sollbruchstellen reparieren, die wir gemeinsam mit dem Forum Informationsfreiheit hier identifiziert haben. Unser Ziel ist es, dass die Menschen in Österreich ein Grundrecht auf Informationsfreiheit haben und dass das auch wirklich in der Verfassung verankert wird und in der Praxis Korruption, so Blackboxen wie die COFAG und andere Missstände in diesem Land endlich abgestellt werden. Vielen Dank. Vielen Dank.